Hallo Leute, ich bin LingenKiller und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video und in dem Video möchte ich wieder mal was Neues ausprobieren und zwar möchte ich mal ein paar CSGO Skins aus dem Workshop vorstellen denn ich finde es gibt paar coole Skins, ich habe mir mal ein paar angeguckt da sind ein paar mega coole bei und ich wollte mal zeigen welche Skins es alles so gibt und ja ihr wisst ja die Skins die in den Kisten drin sind, sind ja alles oder meistens immer von welchen als der Community erstellte und es gibt einfach so geile die man hier im Workshop finden kann und die die normalerweise in den Kisten drin sehen meistens halt nicht so geil aus dann ist halt die Frage von vielen warum man denn nicht einfach die irgendwie paar geilere nimmt das weiß aber nur weil warum sie es nicht machen und ja wir gucken uns jetzt einfach mal paar Skins an denn wenn ihr ein Skin hier im Workshop einreicht und das dann in das Spiel genommen wird bekommt ihr irgendwie ein bisschen paar Prozent von den Einkäufen, von den Keys und allen und naja wenn ihr auch diese Skins selber mal bewerten wollt geht ihr am besten einfach in die Bibliothek rein dann auch hier auf Konterstrike dann könnt ihr hier Workshop ist hier einfach Workshop durchsuchen oder durchstöbern ich weiß gerade nicht was da stand und dann einfach hier klicken sie hier zum bewerten einfach nur drauf drücken und schon werden euch hier die ganzen Skins angezeigt und direkt die erste finde ich schon mal mega geil guckt es euch an alter sieht die nice aus hier mit YouTube Video könnt ihr euch das auch angucken und ja hier könnt ihr dann abstimmen ob ihr das ja wollt nein danke kein Interesse oder später nachfragen wie ihr es noch nicht entschieden habt hier die SSG 08 Custom Paint Job okay wer heißen die Waffe überhaupt steht das hier nicht irgendwie Red Moon Collection okay ist das eine Kollektion aber ihr könnt hier die Waffe sehen also ganz klar ich find's mega geil und ähm ich wär mega froh wenn die Waffe ingame kommen würde deswegen geben wir der Waffe einfach mal ein Ja und gehen dann weiter zum hier zum nächsten Eintrag hier könnt ihr ja noch sehen von wem das alles erstellt wurde hier kann okay da ist ein paar Links geteilt das wurde hier von Slefex keine Ahnung CLEGFX äh erstellt und ähm hier gibt's aber manchmal noch nur eine kleine Beschreibung so eine Workshop Art hier hat er noch andere Waffen Kollektionen von ihm die sieht nice aus oder ist das die? ist die von dem gewesen? Point Misty oder ne wie heißt die? Point Dingens so wir gucken einfach mal von Anfang an hier durch ja sieht auch nicht äh nicht schlecht aus hier wenn die sowas haben dann sieht man meistens die verschiedenen Stufen Fabrik Neu Minimal Einsatz Erprobt und Kampfspuren und sowas hier sieht man diese Nachlangen Animation Zack Rundzeichnung also die finde ich auch geil würde ich auch gerne in game sehen deswegen geben wir der Waffe einfach ein Ja und gehen weiter zum nächsten die Waffe boah das sieht so heckmäßig aus ja guck mal hier sieht man da einen Unterschied ja von der Farbhelligkeit hier so okay ich muss sagen die gefällt mir jetzt nicht so ähm ähm na später nachfragen finde ich jetzt persönlich nicht so toll gucken wo ist das hier gibt's Videos ach das ist ja mega geil hab schon noch nie gesehen jetzt kümmern die sich in drei vollbild nehmt YouTube das oh ja korrekt play das find ich ja mega geil wenn die Qualität jetzt nicht so besonders ist aber die Waffen sich so anzugucken okay das wusste ich grad selbst bis jetzt noch nicht ähm schon mal ein cooles Feature muss ich sagen aber auch die Waffe ist zwar schlicht aber sie gefällt mir kriegt ein Ja gehen wir wieder weiter zum nächsten Eintrag uuuh uuuh ich muss sagen hat was gefällt mir aber nicht könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben was so euer geilster Skin ist und ähm das waren die sechs Gegenstände wahrscheinlich die mir vorgestellt wurden jetzt kann ich hier nochmal allgemein so durchgucken was gerade beliebt ist hier könnt ihr dann halt nochmal gucken könnt ihr halt nochmal nach Waffen sortieren wenn ihr zum Beispiel paar AWP Waffen haben wollt oder so uh hier haul ähm könnt ihr auch einfach immer nach der Waffe sortieren und ja dann gucken wir mal weiter Gegenstände beliebteste neuste beliebteste so P90 ja okay finde ich jetzt nicht so besonders was hat der denn noch so für Skins naja die finde ich jetzt auch nicht so gehen wir mal zurück naja THK könnte was sein uuuu hat was muss sagen wär so ein blau blauer Skin also ich würd's spielen so in game ja ok in game in game sieht schon ein bisschen schlecht also ich würd's spielen ja kriegen ja von mir gehen wir mal zum nächsten obwohl hat der hier unten scheiße hat der unten noch was gehabt ähm uh das das sieht nice aus die AWP hier boh aber das müsste mehr so vorne ähm so wie bei der ähm USP wie heißt denn jetzt fällt der Rahmen gerade nicht an diese Red Skin USP Skin wo diese Kugel vorne am Lauf ist die ist auch ziemlich nice wobei das wahrscheinlich doof aussieht wenn man den Schalldämpfer dann abnimmt ok aber umso mehr ich mir das angucke umso weniger gefällt mir das wieder ne ne finde ich doch nicht so nein und geh mal wieder zurück das sieht nice aus hm hm wirklich überzeugt haben mich das noch nicht wo ist denn diese hier Haul ich bin so ein riesen Haul Fan auch schon von der M4A4 aber hier die sieht irgendwie nicht so gut aus ja ja manche von euch werden sich wahrscheinlich sagen so was bei den Waffen die voll geil aussehen sagt der sieht voll scheiße aus und bei anderen sagt der sieht voll geil aus ja 5-7 Skin sieht man das ein bisschen in game ja Toxic da wieder so eine schlichte Waffe würde ich aber auch gerne in game sehen sowas könnte man doch einfach als Blauskin als ich hatte diese Safari Mächt oder was weiß ich immer da rein zu packen könnten die doch mal sowas rein packen oh Gott wer hat das denn gebotet so gehen wir nochmal zur zweiten Seite noch durch und dann denke ich mal war es das auch für die erste Folge ich hoffe mal wir finden hier noch ein paar geile Skins ja zeig das doch mal von der Seite boah ne hm ich will auch was geiles haben was ist da drauf Totenköpfe naja auch nicht manche sieht so aus als ob die einfach irgendwo ein Foto genommen haben und das da drauf geklatscht haben ist auch nicht so meins hm ja den Anfang fand ich ziemlich nice aber mittlerweile die anderen hier sind jetzt auch nicht so ich meine sie sind immer noch zum Teil besser als diese Safari Mächt und was es da alles gibt ähm aber auch nicht so persönlich mein Geschmack kann sein dass es dem einen oder anderen von euch gefallen wird aber ist jetzt nicht so mein Geschmack gewesen naja wir finden jetzt hier wahrscheinlich keine guten Skins die mir ist auf Anhieb gefallen von daher oh das könnte was sein MediCut ist das ein Herz auf dem ja sieht eigentlich nicht schlecht aus auf jeden Fall bedanke ich mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Zusehen wenn ihr gerne mehr solcher Videos sehen würdet würde ich mich über einen Kommentar freuen denn ja dann weiß ich zumindest ihr wollt davon mehr sehen oder ihr wollt davon nicht mehr sehen und ähm naja ich werde vielleicht beim nächsten Mal vorher paar Skins raussuchen die mir gefallen damit ich jetzt nicht einfach so planlos durchscrolle und nach geilen Skins suche sondern ich werde vielleicht auch wenn ihr ein paar geile findet könnt ihr mir die zusenden dann werde ich sie in dem nächsten Video zeigen wenn ihr mehr davon sehen wollt und ja vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video Ciao